We're all your love 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 So immer und herzlich willkommen zu dieser letzte Folge Meinschaft Evolution. Heute zusammen mit Crazy Crafter Hallo Lukas Und als Relax Hi So und letzte Folge waren wir hier hinten am Haus stehen geblieben Genau Ich würde sagen, mach mich auch jetzt erst mal weiter Ich gehe mal in den Boden reinziehen Ist hier irgendwas Ist das Loch echt kistern noch so groß? Ich bin nicht so unnötig den ganzen Weg zurück Ich kann gleich mal in mein Deathpoint löschen Ich bin noch nicht gestorben Euer Haus hier gefällt mir echt gut Ich bin noch nicht gestorben Hast du unsere schon gesehen? Ich war schon einfach bei euch Machen willst du eigentlich hier auch abbauen können oder sowas? Bei uns Wen hast du gefragt? Äh ich meinte jetzt CrazyCraft Du kannst natürlich auch abbauen wenn du willst aber Naja alles gut Das Kanada sogar mal OP hat Ja stimmt ja auch wieder Deswegen hab ich noch mal gefragt wie du gerade gefragt hast Ja ich brauche jetzt Zertus Quarz Hab ihr hier den Brunnen gebaut? Ja Ich Von Youtube aufgebraucht Schick gleich mal ein Bild Dann brauche ich nicht vorbeikommen Parkbillers stencil table Hat hier keine Werkbank hier Spacko? Hm Bleat Jan Ok Das kannst du jetzt hier gleich auch gegessen haben Was war eigentlich mit deinem Bruder E.T. ist der noch Der zockt gerade ein anderes Game Was? Der zockt gerade irgendeinen anderen Scheiß Äh haben wir einen Ofen oder so? Oder irgendwas wo ich Glas Warten kann Ähm Oder machen kann Kannst du auch einfach hier einen Aloys Meter machen Nutzt ihn einfach als Ofen Müsst du halt umstellen irgendwie glaube ich Ihr alle schon so weit technisch seid Ich hab noch nicht mal irgendwas an Technik Gut ich hab selber mit Technik noch nicht angefangen Ich weiß auch gar nicht wie das ganze alles geht Ich bin jetzt Weißt du das was ich jetzt hab damit bin ich zufrieden Ich geh eher nach die Quests glaube ich Ja gut ich mach gar keine Technik Hier Lukas Diesmal Die ganzen Erze hier mal aus Ich frag Jan jetzt ja gerade Weil durch die Quests bekommt man schon noch viel Ich meine nicht so Hinter dir Gegen die Erze Was ist Hab ich hier rausgenommen Ich muss jetzt Ähm Z-Squatz machen Ja Äh Wie heißt denn das Jetzt ist grad die Frage wo soll ich das Lager einpacken Erste Obergeschoss oder Erdgeschoss Was meint ihr Lager erstes Obergeschoss oder Erdgeschoss Äh Keine Ahnung Der ist das Obergeschoss Keine Ahnung Ja im Moment ist das Lager im 0,5ten Obergeschoss Wenn man so sieht Wird das Lager am ersten Stock machen also Da wo der Eingang ist Da wo Nein also Das ist der erste Stock Das andere ist das erste Obergeschoss Achso Ja ok Keine Kohle mehr Hier ist noch ein bisschen drin Da kommt das falsche Glas raus Wenn ich das da mache Ich lass das mal lieber Erstmal hier Ich muss das Ding nicht mit Strom anschließen Wahrscheinlich weil es unterschiedliche Mods sind Der M-E-Pipe brauchst du Achso Ok Ja das hab ich natürlich nicht Ich hab noch zwei Stück von Aber ich Ja Könnt ihr bald mal eben schlafen gehen wollen? Ich bin im Bett Jetzt Es ist noch mal einer von euch Dann kann ich hier weiter arbeiten direkt Danke Aber Fußballmark ist echt ein knappes Ding Jo Wie heißt es denn jetzt wirklich? Es heißt nicht M-E-Pipe? M-E Ich hab hier ne M-E-Glas-Kabel Also Glas-Kabel Hier Ich hab auch nur zwei Stück von Musste mal gucken So Auf jeden Fall nimmt das ganze Gebäude hier jetzt gerade so langsam vor man Luxium Dust Äh Äh Ach ne Ach ne Ja doch Kann man sich gönnen Ich hab nur noch ein Ich hab nur noch ein Ich hab nur schon so ein Axt Das du anmerken willst Bei meinen Stromkabeln hätte ich es jetzt gerne angeschlossen, Maurice, aber mit diesen Stromkabeln das Du wolltest ja im E-System machen, also... Mal gucken wir das anschließen. Mal gucken, wie ich das hier mit dem Dirt mache. Sieht jetzt nicht ganz so geil aus, aber kommt noch. Da hat er die Crafting Station. Ich würd schon sagen, was ist denn los mit Jan? Glowstone, haben wir Glowstone? Nee, derzeit nicht. Ich hab schon Glowstone. Letztenswert auch 30. Für einen Stromspeicher. Ja. Irgendwann schlag ich meinen Bruder nochmal so richtig in die Fresse, wenn er so weiter schreit. Boah, da kriegt man ja Kopfschmerzen bei. Hat eigentlich nur eine kleinere Geschwister? Ja, eine kleinste. Ich bin Einzelkind. Crazy, tauschen wir? Nee, danke. Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Einzelkind bekommt man viel mehr. Ja gut, äh, ich, fast 18, krieg sowieso nicht mehr viel. Weil ich mir alles selber kauf. Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Der Vorteil ist halt wenn man Bruder hat, man kann ihn für irgendwas was brauchen. Ich sag nur als billige, äh, Laufkraft. Wenn einer von euch Holz mit Aufschluss hat, kann der mir auch noch mal vorbeibringen. Alter, was das denn macht? Der Maus ist. Weißt du jemand, wie man von Dekocraft diese Bank macht? Also wo man das alles herstellen kann? Eine Bank, willst du da haben? Nein, ach du... Oh, jetzt geh ich mal den Holz holen. Die Wände vermehren sich ja hier immer mehr. Da hab ich so ein Gefühl. Ich hab jetzt wieder 35 Closed und ich komm wieder zurück, Lukas. Okay. Lol. Hauptsache ich renne in den Twilight Forest rein. Weil ich irgendwie auf den Boden geachtet hab. Und ich wundere mich so... Spielt jetzt gerade ein Game ab? Manchmal. 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 Jetzt komm ich ja bei Edi raus. Warum kommst du bei mir raus? Nee, da. Ich komm immer bei euch raus. Dann geh ich einfach mal schnell. Ist dir das erlaubt? Durch meinen, den Tagportal zu gehen? Bin ich ja nicht. Ah, dein Bruder ist da. So kurz nach eurem Farm-Importal, dann kann ich mich zurück. So viel nochmal zur billigen Arbeitskraft. Da ist ein Vorteil, wenn man gespisst hat. Man hat immer eine billige Arbeitskraft. Alter. Wie verschachtelt sind denn hier die Bäume? Und was da? Ich CHARGE hab ich schon. 7. Oh, okay. ich habe auch keine Ahnung was zu sagen ich brauche jetzt ganz schön Kürtel so warum nicht so viel zu sagen gibt es eine andere Möglichkeit außer ausgrünen kaktusgrüne Farbe zu machen ich hab wir haben gerade den ich kann mit dir geben aber exakt in Wüste gefunden gehabt ja ich guck vielleicht wenn ich nichts finde dann komm ich da ich guck mal ob ich gekostet werden wo es denn die Hirn ich hab keine Kakteen weggeworfen ich hab auch keine Kakteen in den Mülleimer getan ich hab wer muss er dem jetzt in den Mülleimer hab ich gesehen wollte ich eigentlich auch einen kraften aber den hab ich wie macht man denn? Null Eimer eigentlich also ist nicht schwer zu machen gib einfach mal ein No-Of-Items-Trash-Can ein und dann siehst du das normalerweise direkt schon Ah ne Chest und Cobblestone ja aber ich hab doch gerade angemerkt dass das nicht schwer ist ne Smelterry da ist so viel drin dass dies halt mehr als die Hälfte mit Erzen folgt ok mein Hausbau geht mittlerweile echt voran würde ich mal so behaupten aber ich werde gleich glaube ich mal offscreen ein bisschen Dingsfarmen, ein Holzfarmen ja ich muss jetzt gucken wie ich das noch Eisen ich will das nicht mehr in der Folge machen gt? ja kann man die Bäume auch so abbauen dass man den untersten Teil abbaut und dann alles aufgebaut wird? den wollte ich noch hinzufügen ja aber dem brauchst du nicht hinzufügen ja aber dem brauchst du nicht hinzufügen ich hab dein Video gesehen und da hab gesehen dass das ähm so es gemacht ist aber nicht in Dings, Evolution E.T. du kannst die auch einfach schwerer machen du kannst die glaube ich bei den ganzen kannst du halt einfach ne Lamber-Exmark bauen die macht genau dasselbe ich kann es auch einfach sein lassen und den Capilator reinmachen ja aber das ist dann wieder so dann bist du ja wieder zu faul um dir mal was zu craften hier ne so ist das ja nicht aber es ist halt einfach geiler mhm versteh ich nicht was für ein toller sein soll so jetzt hab ich bei Gann schon mal ne bisschen also bei Gann kommt jetzt nur durch unsere Haupteingangstür rein weil ich bin hier gerade am bauen machen wir hier noch weg machen wir hier noch mal zwei Glasscheiben rein damit hier wenigstens bisschen Licht rein kommt und es ein natürliches das ja doch kann man das ja doch kann man das ja doch kann man das das beste ist halt ich hab hier unten halt wirklich die oh scheiße ich baue Tanks ab ich hab hier unten halt die beste Base ähm um Maus zu bauen von Anfang Boris komm mal mit raus ich will ihm was zeigen äh sofort mal warte mal kurz ich muss äh was suchen oder noch was schnell was craften äh ich brauch noch hab alles das das unendliche Lava Quellen gibt es nicht oder meines Wissens Standes nach nicht dann gibt es was gibt es also da hast du so was gibt es so und und weiteres nicht ah nein machen wir so los ey nix da ja geh wieder runter das läuft ja ne willst du auch so n Ding? ne ich hab nix zwei ich glaub Jan wird sich nachher aufregen wenn er das sieht was ich hier baue weil er sein Haus nicht wieder erkennen wird Jan wird sich auf jeden Fall nachher die Zeit aufregen ja 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 gut ich baue halt gerade aber das musste der das komplette Haus um ich hab fünf ich hab fünf blöcke von ähm von ähm von 10 zwei zwei und ich hab glaub ich sechs sieben Blöcke Eisen fünf Blöcke Copper Block Aluminium Block Aluminium und seid toller so weiter machen so kannst du ja gleich mal vorbeikommen Maurice was mach ich sofort und ich baue noch schnell unser AME System zu Ende ja moin das heißt das dann dass du so gut wie fertig bist ne mir fehlt noch ähm noch zwei Items fehlen mir äh und ja aber die AME fangen jetzt zumindest auch an mit Jan zusammen sehr schnell Strom haben wir genug Crap Logistik weiße was von eigentlich für Strom fürs AME rf oder was anderes du hast das Drive musst du gucken denn in derzeit haben wir nur rf das kann ich euch das kann ich dir jetzt grad nicht sagen Luke holy moly ey das find's hier im Gebäude also leichter Beude Ausmaße merkt man hier schon in welche Richtung das geht also leichter Beude Ausmaße merkt man hier schon wo in welche Richtung das geht Hat wer von euch noch Marble vielleicht? Du kannst bei mir in den Thron gucken, wo meine Titles waren. Also Marble, crazy, bring mir gleich mal alles was du hast an Marble wohl. So Lukas, wir finden noch das letzte Item, dann haben wir uns am Essen hier fertig. Also ich nehm all dein Marble dann gut an. Dieses Item habe ich 20 mal gecraftet, Gold und, ja Gold brauche ich nochmal so. Kannst du in der einen Dimension hier gar keine Monsters bauen? Ähm, können wir einmal schlafen? Ich jetzt gerade nicht. Ich mach mal ein Jetpack jetzt. Jetpack macht 2. Aber erstmal muss ich noch ein bisschen Müll abladen oder so. Äh, hast du, haben wir alles dafür für Jetpack? Sollten wir eigentlich. Das ist nicht so gefährlich. So, Luke ich komm rüber und tu mir das Marble ab. Ja, musst du in der Farbenwelt einfach gucken. Ich baue mir jetzt nämlich ein Jetpack denn ich brauche eins damit ich mich wieder hochbauen wenn ich unten bei Mana Tuttle gucke. Ja, das habe ich. Standard Jetpack habe ich schon einige Sachen. Man, man bekommt ja mega viele Zombie-Köpfe. So, Lukas ich bin bei euch. Ich hab nen Durchsuchungsbefehl. Wo denn? Nein, nicht hier. Nicht da. Wo denn? Hier. Musst du gucken. Ich weiß selbst nicht ob wir was haben aber. Musst du hier in der Farbenwelt gucken bei unseren Truhen. Hier. Hier ist einmal ne Truhe. Keine Ahnung. Vielleicht darfst du aber ich glaube nicht mehr. Doch. 48. 40. Und hier dann aber. Musst du nochmal gucken ob hier noch Marble ist. Bei der in der Obsidian-Truhe. Sollten noch ein paar Stacks drin sein. Nach C-Bob. So komme ich jetzt ein bisschen weiter auch. So, ich habe auch noch ein Stack Marble, glaube ich. So, unser ME-Terminal ist jetzt auch fertig. Wenn ich die ganzen Items zusammen gekauft habe. Ist der schon von euch nen Chizzle? Ja. Ja? Ja, ME-Terminal ist da. Im Ernst? Ja, ja. Und noch was. Crafting-Terminal könnte ich noch machen. Du musst alles anschließen. Nicht ich morgens. Ich habe zwar schon den Strom gebracht aber wie du es anschließt das weiß ich nicht. Ich habe zwar meine Kabel aber mit denen funktioniert es nicht. Wie craftet man Chizzle? Nein. Wo ist das andere? Ja, Eisen und Stick müsste das sein. Und noch. Ah, hab ich. Crazy, bringst du mir dann gleich ein bisschen was vorbei? Okay. Dann kannst du dir selber auch holen. Bring mir aber auch eben vorbei. Dann kann ich weiter machen. Aber ich bin so bald und es ist nacht. So, und jetzt komm. Okay. Ganz stumpf einfach nur noch. Okay. Warte kurz. Ich weiß wie wir es anschließen können. Ja, mach das. Guck mal mal zu. Ganz easy. Das hier. Dann machen wir den hier. Den hier. Und dann machen wir den hier. Aber ich glaube ich mach demnächst vor meiner Tür so ein Bindermaufnehmenschild. Richtig. Achso, das braucht den anderen Strom. Kann das sein? Dann ist von beiden in dem gleichen Ort. Wir haben doch hier da oben dieses Teil hängen. Schön dicke Fensterfront. Funktionieren wenn es Strom hat. Ja, dann musst du ja eh noch was. Ich komm jetzt zu dir. Du? Du? Du hattest doch auch Kaktus, oder? Die unterhalten sich gerade. Das bringt nichts. Die hörnen einem nicht zu. Okay, was ist das? Du hattest doch Kaktus, oder? Ähm. Das nennt man nicht Kaktus, sondern ein Kakteen. Weh, aber nur ein Kaktus. Solltest du das aber auch sagen, weil sie sind. Du hattest doch Kaktus. Naja. Das ist jetzt nicht gerade die deutscheste Form. Ey, hier machen die die Front zu. Ey, ich such mal ob wir noch welche haben. Wir haben keine gesehen. Was ist das denn hier für ein geiler Berg? Sieht aber schlecht aus für dich. Was? Mit dem Kaktus. Achso, ich hab grad schon mal das Haus. Ich war grad schon verwundert. Oh je, unsere Schweinchen sind noch. Ja, das sieht schon voll geil aus, Eti. Mhm. Also haben keinen Kaktus mehr. Komm mal mit. Aber ich kann dir sagen, wo ne Wüste ist. Okay, ja. Die ist, ähm. Doch genau die Bandaten zeig ich noch nicht. Wie hast du das gemacht? Ja. T-Flipfer. Und, äh. Kinkars Construct. Äh. Drawbridges. Also Crazy Quaffer, wenn du zu mir kommst, kann ich dir genau zeigen, wo ne Wüste ist. Cool, oder? Ja. Also die Richtung. Ich geh da nicht mit. Wenn du dafür so viel Sachen schmackst. Ja, okay. Bronze hab ich. Aluminium hab ich auch. Dispenza. Alter. Kann ich reinlasten, bitte? Ja, mein Bruder macht das die ganze Zeit wieder zu. Voll cool. Was ist das? Ein Blastwörm. Das muss ich mal machen. Ist das teuer? Weiß ich nicht. Komm mal mit. Ich kann ja mal eben zeigen, bis zum Ende der Aufnahme. Hier hinten bin ich ja gerade am Bauen. Dann geht's hier hoch. Hier soll so ne Art Minigarten reinkommen. Versteh ich. Aber ich hab gedacht, weil das ja noch abgesondert bleiben. Das ist halt Gebäudeteil Eingang. Also A. Dann kommt hier hin B. Dein C. Dein Mabel. Was? Mabel. Mable. Mable. Danke. So, komm mal mit hoch. Oh, ich will auch so ein schönes Haus. Und hier oben bin ich im Moment am Bauen. Essensfarm. Ja. Als wenn du sowas für XP hast. Komm von Jan. Krieg ich einen? Wurscht davon? Wenn ich welche hätte. Also die brauchen wir erstmal noch, weil die halt nicht nachwachsen. Kann man die nicht abbauen und dann kriegt man die? Ja schon, aber... Ähm. Okay, Lukas, ich mach erstmal... Ich mach die 4k Platten auf die 1k Platten. Versteh ich. Die brauchen die halt selber im Moment. Und dann müssen wir sie immer nochmal aufrüsten. Aber ist schon geil das Haus, oder? Kommst du mit? Ihr habt halt schon so... Ihr habt halt schon so viel. Ich hab halt sowas gar nicht. Ich freu euch mal unbedingt so sehr. Ja, kannst hier hinten rausgehen nehmen, wenn du möchtest. Durchs Loch. Von wem ist das Portal? Wohin führt das? Keine Ahnung, wo es hingeht. Das ist von Jan. Und das ist gleich auch weg. Weil hier halt gleich ne Wand reingezogen wird. Ich komm jetzt gleich zu dir, Luke. Ähm. Schreib mir aber mal eben auf, dass es blau ist. Ein HV-Connector? Also haben wir die hier noch? Irgendwo? Diese Teile? Damit Jan sich nicht aufregt. Haben wir diese Teile hier noch irgendwo? Ne, ich wüsste. Aber hier in der Truhe vielleicht. Und ich komm jetzt zu dem... Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Er baut halt alle so einen Berg. Das ist cool. Das ist das einzige, was ich gut kann. Ich wollte so einen Tower bauen. Ja gut, das geht ja auch noch richtig in die Höhe nachher. Du kannst dir noch nicht die Ausmaße vorstellen, wie ich die im Kopf hab glaube ich. Wem gehört dieses... Diese riesige Insel... Obens? Hast du irgendwo Sand oder Klaas? Obens? Äh... Schon hier. Sehr hell. Also. Ich zeig dir jetzt welche Richtung die gehen muss. Lass mich gris rein, dann. Muss nach da. Wollte mal eben zwei Leute pennen gehen? Ja. Ja, ich kann nicht pennen. Äh... Ja... Äh... Ich spiel. Klaas komm auch. Aber wegen... Deinem Bruder E.T. Muss noch einer gehen. Ach so. Klaas. Wenn du fertig bist, komm her. Klaas. So. Geht noch einer? Luke? Ja. Geht gut. Gehst du Luke? Ja, ist schon. Ach so. Was sind das für Inseln... Inseln, die so... Oh... Was sind irgendwie Slimen sind? Weil ich bin grad bei so einer und da hat sich aber schon jemand hochgebaut. Ja, ich wahrscheinlich. Ist da noch irgendwas neu wahrscheinlich gemacht? Pfff. 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 Aber... Dings. Lua. Wenn du wüsstest, wie ich mir das im Kopf vorstelle, dann könntest du dir die Ausmaße vorstellen. Erst. Dann wird ein riesen Komplex. Pff. 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 Pfff. 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 schon nass. Maurice, wo hast du Gold? Du hast doch bestimmt das Gold gerade, oder nicht? Nein, ich brauche nur 7 Gold-Nuggets. Das ist ja, dadurch habe ich ein Gold-Nuggets, kein Gold mehr. Da sind Gold drin. Bisschen, aber nicht viel. Brauchst nicht so viel. Ich auch noch. Bad mit Clay, haben wir jetzt noch? Weißt du was, wir machen die Folge heute mal ein bisschen länger. Einfach nur, weil ich was schaffen will. Weißt du, Maurice, ich suche immer die Materialien, weil du die alle immer im Momentar hast. Ja, ich hatte Gold nicht im Momentar, das war an der Kiste dort. Ja, das Ding. Hier drinnen. Hier, hinter dir. In dieser Box. Naja, ich hatte eigentlich nicht da drinnen. Guck, aber naja. Boah, das Gebäude ist nur, aber das kannst du auch dir jetzt schon vorstellen, wie riesig das wird, oder? Es ist schon, also ich glaube schon, dass es sehen wird. Es wird vier Gebäudeabteile geben, also Eingangshalle, dann ja, was das ist, Moment, lass mir gucken. West- und Ost-Korridor und den dicken Süd-Korridor. Und im Süden baue ich halt richtig hart. Und ich baue einfach. Ich habe ungefähr eine Vorstellung und baue einfach. Ja. So, der hat jetzt auch wieder Strom, Lukas. Ich wollte erst mal einen Pulver-Riser, damit immer ein leichter Silikum kommt, oder wie es heißt. Ich lasse nochmal die Sachen und diese Platten für das ME. ME ist Deutsch? Irgendwie so? Ja, danke. Ich hab echt kein Eisen mehr? Ach, Jan, 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 bestimmen, behindert. Ich hab zwölf Eisenblöcke. Kannst du mir mal einen vorbeibringen? Ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. Sorry. Ich kann ja auch einfach peen. Ja, danke. Kannst du auch einfach selbst drauf nehmen. Ey, ich kann es einfach sein lassen. Ja, das geht auch. Ich bin nachher Aufnahme. Haben wir diese andere Art von Sertus-Squads? Shush! Sertus-Squads, was meinst du? Nein, nein, sie sind pur. Ja, das ist Quads. Aber, Shazzy, kannst du dir jetzt schon vorstellen, warum Jan sich nachher aufregen wird? Warte mal eben. Mikrofon Muted. Mikrofon Muted. Mikrofon Activated. Warte. Warte mal was denn schnell. Können wir den King machen? Äh, kannst du mir auch einfach den Arsch geben? ja, das seht mir mittlerweile, ja. Etwas, wenn du die Autor nachkommst vaccineriert operat, wo das was gar nicht gemacht wird? Ihre hehkomm、、 das letzte Art war nicht so genau, es war ja schon wieum. Aber hier wiedergatif. 는데ermichar kann das alles gegangen theirs. könnte es ein bisschen dauern bis wir zu härtas bekommen bis ich weitermachen kann mit dem ich höre einfach nur das au von ihm da mache ich erstmal 1k platten der Klappe dankbar dass ich gerade stinkig werde alter ich glaube das mache ich nach meinem Life so richtig hart ausfüllen einfach nur mit Musik und dann ausfüllen der nimmt hier Ausmaße an grösentechnische Ausmaße aber ich versuche so viele Fenster die nur... oh mein Telefon vielen Dank ich versuche hier so viele Fenster die nur möglich rein zu kleistern ja mitten in der Aufnahme, wieso nicht? hab ich mir gerade aber auch gedacht ja läuft ja es würde so Spaß machen zu verändern und hochzuladen aber ist mir egal ja das... Problem ist die Dateien sind immer eben 20 GB die ich hochlad wenn ich die Settings beibehalt machst du es doch weil es dir Spaß macht oder nicht? ach ich nimm einfach 40 Folgen auf hast du es ausgestellt dass Creeper Schaden in der Welt anrichten? mittlerweile ja weil ich selber davon abgefuckt war versteht's nicht so so tapezieren wir hier nochmal in den Boden rein auf jeden Fall und vielleicht noch die Decke bevor wir einen vollen Cut machen was ist denn besser? ein Windrad oder ein Wasserrad? äh Wasserrad also je nachdem wie viele Wasserräder du aufbaust aber da wird so ein Wasserrad ja ja kannste mehr rausholen kannste mehr rausholen Eisen Eisen und schreibt mal mal 10 Minuten über meine Aufnahme reden könnt ihr einfach mal in die Kommentare wenn ihr da irgendwie ne die habt ich bin zurzeit planlos ich bin zurzeit planlos erhöhen wir mal eben hier auf jeden Fall den Reaktor aus muss Jan den nachher mal umstellen so ich bin jetzt mit dem ersten Jetpack bin ich jetzt fertig da besser ist schon von euch hab echt keine Eisen grade hm Eisen was für Jetpacks machst du denn im Konzept? simply Jetpacks heißt der Mod aber da gibt es ja so viel neid was für eins macht man denn dann am besten also ich bin mit da wo man halt schon weiter ist wenn du erstmal so die Minder hast wo du alle die Integrierung oder das machen kannst dann halt was anderes aber so ich mach jetzt erstmal das was du mit dem Alois Metal alles machen kannst so mit der Schmiede muss die Dings nachher mal gucken ne ich mach jetzt einfach Steine kurk scheiß drauf hier da hinten muss noch rein da liegt das irgendwann zeuglich mal ein bisschen leerer wieder da liegt das irgendwann zeuglich mal ein bisschen leerer wieder Ach, so will ich das doch. Wie geil das einfach ist, dass man hier mittlerweile durchrennen kann, schon eigentlich fast komplett. Ist schon Schneeke, oder? Jetzt brauch ich Stahl. Kann ich vielleicht bei jemandem irgendwie ein bisschen Stahl haben oder so? Ich hab keinen Stahl. Oder diesen komischen Ofen da benutzen, den Blasförner. Blasförner? Das müsste ich haben. Ich guck einen da ab. Ja, ihr habt einen. Brauchst du sonst? Brauchst du auch was? Dann kann ich... Bringen wir Eisen mit. Okay, ich bringe Eisen mit. Ich freu ja ihr Eisen, um das andere da zu machen. Sag Bescheid, wenn du da bist. Ja, bin gleich da. Wie viel Eisen brauchst du? So viel, wie du mir geben kannst. Wir haben gar nichts mehr. Ja, so viel, ja. Ich geb dir jetzt höchstens 10 oder so. Die Hauptsache kann arbeiten vernünftig. Verständlich hieß mir einfach gar nicht juckt, dass er reagiert wird. Da steht. Ja, danke. Bist du denn nur Wesen gerade? Ach, da? Ach, da? Ach, da? Ach, da? Ach, da? Ach, da? Was ist denn jetzt hier alles? Vorne Eingangshalle. Ich komm mit. Kann sein, dass du da nämlich keine Rechte drauf hast. Außer wenn... Oder hat dir Dingsrechte hier zum Bauern gegeben? Nee, mir hat noch niemand Rechte gegeben hier. Dann muss ich das wahrscheinlich hier machen. Also du kriegst keine Rechte und du machst einfach nur... Ich kann dir die Rechte nicht geben, weil Jan das geprotektet hat. Ach so, ja, okay. Ähm, da muss ich Kohle reinpressen und das Eisen oder wie? Ähm, du musst glaube ich nur das Eisen reinmachen. Nee, mach. Schmeiß einfach mal zu. Oder hast du schon zugeschmissen? Tu einfach 32 rein, okay. Wenn mir die gibt's. Passiert nix. Brauen anscheinend noch Kohle. Kohle habe ich sechs Stück noch von hier. Ne Kohle ist es aber auch nicht. Wasser Rad zu machen ist ja mega an. Was willst du denn machen? Äh, Lukas, was willst du denn machen? Komm, dann kann ich mal nachgucken. Ein Jetpack. So, welches Item vom Jetpack? Ähm, ich brauche... Brauche einfach nur Elektrical Steel brauche ich. Und dafür brauche ich erstmal normales Steel. Also sag doch direkt Steel. Kann ich nicht mal nachgucken. Wollen wir denn hier Steel, Steel? Ja doch, man braucht da Kohle. Ja, aber der nimmt die Kohle nicht an. Und links muss man die hinlegen. Und links. Und links. Macht er aber nicht. Und. Warte mal. Dark Steel? Ne. Elektriker Steel? Ne. Stille. Stealingert. Jetzt werden wir mal gucken. Ja warte, machen wir nachher Aufnahme. Dann mach ich was eben auf Screen. Dann will ich mal eben die Aufnahme nämlich beenden bevor es zu lang wird. Dann will ich sagen, machen wir mal hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschöö Tschöö